Musik Nun, wir haben gestern den Professor da getroffen in der Ausgrabungsstelle Da sind wir aber nicht weiter weg, nicht weiter gekommen Ich glaube da werden wir weiter reisen Lass uns zum Flug auffahren Ich glaube da werden wir jetzt glaube ich the calendar the island New York decal nahhh auf ändern sind wir feelwere klar laß uns zum kleinen auf fahren оРland Auf der turn New York oder decal können wir fahren Tä enden wir doch mal zu der turn Autores Autores Es ist übrigens die Amiga-Version, das kann natürlich schon ein bisschen an der Grafik leiden, dass ein weißes Flugzeug da umeinander fliegt, das ist kein UFO, kein weißes UFO, das dürfte der Dr. Steinert sein, oder der Dr. Costa, soweit ich mich noch erinnern kann, das ist sein Haus. Was ist das? Rede mit Sophie, hör mal. Ja? Bist du sicher, dass das Costa Haus ist? Ziemlich sicher, aber ich habe ihn bisher noch nie persönlich getroffen. Was machen wir jetzt? Lass uns mit Costa reden. Warum redest du nicht mit ihm? Mit Vergnügen. Oh Gott, Ladies first, ich halte nichts davon, aber ja. Klopf, klopf. Mr. Costa? Harten Sie die Luft an. Bist du sicher, dass du weißt, was du tust? Sieht, sieh zu. Oh, hallo, schöne Frau. Professor Costa, mein Name ist Sophie Herckhund. Madame Sophie, das bekannte Medium. Oh, wir brauchen Ihre Hilfe, entschuldigen Sie. Er braucht Ihre Hilfe. Zu Ihren Diensten. Was wissen Sie über Blattes verlorenen Dialog? Was wollen Sie wissen? Haben Sie ihn? Haben Sie ihn gelesen oder was? Haben Sie ihn besogen? Haben Sie ihn? Nö. Haben Sie ihn gelesen? Haben Sie ihn gelesen? Nö. Wissen Sie, was in ihm steht? Nicht genau. Können Sie ihn besorgen? Leider nein. Wissen Sie, wo man ihn finden kann? Nun ja, das hängt davon ab. Diese Information tausche ich gern gegen ein auszeltes Stück aus Atlantis, so wie ein gewisses Hausband, von dem ich gehört habe. Ich gebe mein Hausband niemals weg. Nun, wenn das so ist, dann bieten Sie mir etwas anderes. Hm. Deswegen kann ich was Hilfe. Frau hinten, oder? Würden Sie mit meiner Freundin ein Geschäft machen? Würden Sie mit meiner Freundin ein Geschäft machen? Ja, Madame, Geschäfte mache ich mit jedermann. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Zu Ihren Diensten, Madame. Seien Sie nicht eingeschnappt. Was für ein süßer alter Mann. Handeln wie? Wenn nicht ein Hausband, was dann? Das heißt, man können wir auf jeden... Ein altes Hausband mit ungewöhnlichem Meter leer. Das Hausband können wir aber mal nicht hergeben. Das steht immer fest. Ich glaube, du übernimmst besser. Okay. Okay, okay. Okay, ich denke mir etwas aus. Öffne Tür. Wenn wir noch mal mit dem Kotzbrocken da reden. Mr. Costa, halten Sie die Luft an. Was machst du hier? Wir haben schon mit ihm gerede. Du weißt, was wir sind, Harz. Ähm... So, Heft. Na gut, finde es selber raus. Aber ich nehme an, Sie wollen was verkaufen. Solange es kein Obedein-Zauberes-Artefakt ist, will ich es nicht haben. Ich hätte Sie wissen, was Sie über Platos verlangt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir sind Sie. Indiana Jones. Ja, ich bin Indiana Jones. Ich bin Indiana Jones. Ich bin Costa. Und es langweilend, mich mit Ihnen zu reden. Indiana, was für ein dummer Name ist denn das? Hu, hu. Du kannst nun deinen Fuß aus deinen Mund nehmen. Ja, sicher. Hm, hu, 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 hu. Dann nehmen wir nochmal mit der Stinksahne. Sophie? Ja? Wie konnten wir uns nun mit dem einlassen? Ja, da heiße die Basisland. Erinnerst du dich? Was, was machen wir jetzt? Lass uns weiter reisen. Das würde besser sein. Ja, wenn wir dann morgen weiter spielen, werden wir dann, werden wir mal weiter reisen, werden wir mal nach New York reisen und mal schauen, was da ist. In die Universität, wobei ich meine, dass wir da jetzt falsch sind. Ja, da sind wir mal falsch. Äh, ja. Nun ja, Leute, da werden wir morgen weiter spielen. Ich bin mich ein bisschen verfahren. Was machen wir hier? Äh, lass uns mal umsehen. Du gehst, ich warte. Ne, ich bin mich verfahren. Also da, bis morgen. Ciao. Ciao.